Siddhi Bairu Asana gehört zu den 84 Asanas, die nach großen Yogameistern benannt wurden. Nila Kanta zeigt, wie es geht. Bringe den linken Fuß zwischen Geschlechtsorgane und Anus. Das linke Knie sollte auf dem Boden sein. Ziehe den rechten Fuß zum Rumpf hin, sodass die Ferse den Nabel berührt und die Zehen dann zum Brustbein hingehen. Nach Möglichkeit wäre jetzt der Fuß weiter am Nabel und du würdest die Hände nach oben heben und die Finger falten. Das geht nicht ganz so einfach und so macht Nila Kanta eine Variation. Er streckt den Arm nach oben, die Hand in Chinmutra und schaut zur Nasenspitze. Es ist eine Stellung, die viel Entschlusskraft braucht und natürlich gute Flexibilität in den Hüften. Siddhi Bairu Asana ist ein Asana, welches hilft, das Prana in die Sushumna hineinzubringen, den Kanda zu aktivieren und Siddhi Vollkommenheit zu erreichen. Siddhi Bairu Asana ist benannt nach einem der großen Meister, der heißt auch Siddhi Bhairava und Siddhi Bhairava wird volkstümlich auch genannt Siddhi Bhairu. Siddhi heißt übrigens Vollkommenheit und Bhairava heißt eigentlich der Schreckliche, der Furchterregende und ist ein Beiname von Shiva. Siddhi Bhairava wird auch genannt Siddha Bhairava und gehört zu diesen 84 Meistern der Natha Tradition zählt zu den 84 wichtigen Nath-Yogis, nach denen Hatha-Yoga-Asanas benannt wurden.